Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Let's Play auf diesem Kanal und jetzt allererst mal Assassin's Creed Unity im Multiplayer. Unsere Aufgabe ist es, aus dem Palais du Lucemon Gemälde zu entwenden, aber nur eines ist jenes, welches wir tatsächlich brauchen und die anderen vier sind, ich habe keine Ahnung, wir brauchen sie auf jeden Fall nicht. Das bedeutet, wir müssen erstmal rein, nach Möglichkeit, wunderbar, hier kann ich auffüllen, das ist ja schön. Einmal hier rein, dann lass uns mal schauen, über uns haben wir ein Gemälde. Hier ist niemand. Dass der mich nicht sieht, auch nicht schlecht. Sehr gut. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht und tschüss. Okay, hier einmal verstecken. Der macht in New York aber seitlich. Okay. Kann ich nicht. das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Dens, unterdrücken. Das ist ja nicht. Das ist so. Du siehst. Dens, die Verkaufung, die Verkaufung, die Verkaufung, die Verkaufung der Geldsteuerung, die Verkaufung der aufgeben die wagen ganz brav das ist nicht der war nicht so ganz brav war verdammt ich habe keine medis mehr ich verschwinde noch mal von hier ich habe ich ein gutes Gefühl aber nur hier verstecken der folgte einer ich bin mir aber nicht ganz sicher das ist der Platz 1 der folgt mir doch nicht ja da fragt sich auch gar nicht warum da ein Toter rumliegt war passiert mein hallo kann das sein so logisch ich muss mal plündern weil ich habe überhaupt keine Medikamente mehr ah Medizin sehr schön das ist jetzt dringend nötig ich gehe einfach mal hier oben hin oh oh einer von uns ist gestorben oh oh der zweite bei uns ist gestorben ich muss jetzt erstmal kurz die zwei hier erledigen und dann muss ich mich beeilen weil hier darf keiner desynchronisieren die sind draußen warum sind die draußen warum alles in der Welt sind die draußen ich weiß nicht ich glaube nicht dass ich es schaffen werde ich schaff es auf jeden Fall nicht ich hoffe der schafft es komm schon ja du schaffst es sehr gut ok der zweite wo 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 ist der ist der da hinten nein da ganz üben boah ich bin so blind das war's ok das bedeutet wir müssen auf ein neues so ich bin wieder da kurzer schnitt dazwischen müssen wir die Mission halt wiederholen ich kann es nicht ändern dass die auch sterben müssen mann sowas von unprofessionell so ist es nicht Prozent als er ist die Koffer der Partie LKL ja ich bin jetzt bitteschön es ist doch gut Prozent die Masse genommen alle Ehre die die ich versuchte über den gleichen Weg wie gerade eben Es lief eigentlich ganz gut. Bis dann urplötzlich zwei Stück sterben mussten. Was jetzt nicht so ganz vorgesehen war. Was hier ist offen? Warum ist hier denn offen? Hier ist sonst nie offen. Trinken wir aber nichts. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Ich werde lediglich kurz. Niemand hat was gemacht. Geht nach oben. Niemand merkt was, der auch nicht. Sackstück schnell genug. Sackstück. Okay, ähm. Nach links haben wir eins. Oh, verdammt. Man hat mich gesichtet. Oh, oh. Irgendjemand schießt auf mich. Okay, jetzt reicht's hier. Kann nicht wahr sein. Doch, genau, habe ich immerhin noch genug. Oder auch von unten. Medizin halt sehr, sehr wenig. Das hat die Belohnung extrem. Es läuft durch und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und muss jeden einzelnen abknallt. Oder was ist abknallt. Oder was ist abknallt. Mit meinem Scherwert. Mit meinem Scherwert. Ein Stücke hauen. Ein Stücke hauen. Oder so. Oder so. Und der. Und der benötigt mir gar nichts was. Bis offen zur Arbeit gekommen, ha? Na, so geht's nicht. Ja, nee. Der nächste unterwegs. Denn das ist jetzt gar nicht, dass ich da bin. Denn das ist jetzt nur für den jahrelig. Das war aber auch nicht schlecht. Leider krieg ich von mir keine Medizin. Das ist für mich. Ich kann hier nicht interagieren. Man kann hier nicht interaktieren. Das Kampf ist nicht möglich. Bin auch noch total im Kampf absolut. Ja, jetzt bin ich in einem. Ich sehe hier ehrlich gesagt niemanden. So leid es mir tun. Na gut. Okay. Ah, abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir am besten hier entlang. Hier weiß ich, dass man durchkommt. Dann legen wir erst den einen. Läuft durch. Erlege ich den zweiten. Und geht dann raus. So. Und somit dürfte die Mission abgeschlossen sein. Ich bin jedenfalls schon mal draußen. Der zweite hat es auch geschafft. Unten links unter der Belohnung sieht man es. Was machen denn die anderen? Lass mal sehen. Der hier hat es geschafft. Ja. Fertig. Wunderbar. Okay. Dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Dann ebbs. Teede. Es gibt. Lein.